Jungs, die Taktik ist klar. Wir gehen hier nicht mit zu viel Tempo rein. Nur Vollgas ist dumm. Auch mal mit dem Kopf denken. Jeder von euch muss immer den Überblick behalten. Jede, ich sag euch, jede Bewegung muss vorausschauend sein. Die Offense muss um jeden Preis jede Kollision vermeiden. Denkt an den Schulterblick. Verstanden? Gut, dann geht es da raus und holt euch den Führerschein. Let's roll!